Weiter, let's go mit der technischen Unterstützung. So, wir sollen die Kommande zentral erreichen und das heißt System aktivieren. Ja, wie gesagt, auch schlecht geschlafen die Nacht, ich glaube ich war um zwei im Bett und um fünf wieder raus, also dementsprechend. So, aber während der... Moment, ich hol mir kurz meinen Drink, bin sofort da. Oh, keine Ahnung. Ah, ein bisschen scharfer. Hahaha. Ich habe das Buch schon mal gekämmt. Die Jungen, die ich gerade mal habe. Ich habe ihn schon durchgekramt. Ich werde dir wissen, wenn es sei. compound und it'll be locked down how do we get in the base command is held security card so we're searching for the uniform seat that's most likely is that time they would have rigged minds on the way out so die leiche nicht suchen did you say that right? no, there's nothing in there aua aua so the other side is coming ich würde vielleicht nicht suchen haupt hier von mir ja ja ich kann auch nichts wie passe hier von dass wir das mal einiges einfacher machen da liegt auch eine leiche die ist aber hier schön eingerahmt ich hab da was ich hab da was ich hab da was Ja. so they bolted the gate from the outside and took cover in the bunker that's not going to punch without a breaching charge der ist klar bitte mich okay okay oh oh der schreit Entschuldigung 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 Ich hab die Warte, ich fäng hier noch auf, danach geb ich den die Wunder, den ich nicht will Erd an Bulle Der Warte, wir müssen gerade kacken mal durch Turn it off I could try to open lights But shut up and do it It has opened every door in the bunker We can't stay here Where is that crew? Run to hell They're here Yeah Got eyes on a marker One last guess back Alright I'm going as fast as I can Come on bitches I'm out So Reload Pull back Pull back Pull back Pull back Koppel in the bunker Can we turn your gun Holy cow Ayy Ayy Going to door Die gute Stiegekettensäge auch noch. Die Werbung konnte man wie gerade noch schön sehen. Oh, da wird es quasi. Da war gar nicht alle durchgepackt. Ich kümmere mich mal um unten, dass ich wieder nachgefunden habe. Okay. So? Eieieiei, hau ab von mir. Kurs, 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 kurs. Kurs, 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 kurs. Kurs, 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 kurs. So, was hat im Rezept einmal von mir klein geschnitten? Das ist schön. Ich habe schon einen Hubschrauber, aber ich nehme mal einen Hubschrauber. Ich weiß nicht, wie lange ich den Furn ausmüllen kann. bitte alle auf den aufzug stellen das ist kein Problem, also ja, es ist nicht einfach so ein Problem ich habe das Problem, das ist nicht einfach ein Problem, das ist eine andere ein Problem, das ist ein Problem ist, das ist ein Problem Power. Network is solid. Yeah, it's going to work. Beautiful. We'll cover the doors. I can't do it alone. What do I have to do? You've got the power up the array. You've got the power up the array. Cover up the startup on the console downstairs. All the way down. Hehehe. Gehle mal den. Gehle mal den. They're doing it. Screamers are doing it. Put the screamer down. Push me a gas bag. Oh my God. 2-5-1-5. So, ich muss mich mal ein bisschen heilen, das weiß ich auch. Okay, ich bin bereit. 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 Wir brauchen Evac. Aile Defense ist aufgelistet. Copy Alpha, auf der Weg. Let's go. There's the swarm! Come on, bitches! They're on the other side! Come on. You could do that. Silence that son of a bitch! Look like these panels open the fan greets. We gotta shove them up! We got Jake on the other flank! One after another! I'm reloaded! Come on, Z! Coming up! Watch your goddamn shot! Picking coming! Oh, man. I'm too stressed! Follow! Follow, 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 follow! With me! Ah, crap. Alpha, on my approach. ich geh mich in den Sackmann Einmal kurz das Aufrollmisschen. Überraschung. So, jetzt habe ich sich im Evakuierungsbereich entfernen. So, jetzt habe ich den Käpt'n sehr gegratiert. Okay. Oh, das ist fejabend. Halt auf! Coverbooms? Na, das war's. Und, gib von. Ja, das ist mitunter mein Lieblings-Levelion. Das mag ich gern. Na gut, das am Ende jetzt mit der Kettensäger war lustig. Zweimal du mit der Kettensäger einmal kurz den kompletten Schwaben da wegrasieren. Ja, lecker. Ah, das war jetzt... Ich rolle doch. Ja, ich rolle. Ja, ich rolle. Wunderbar. Gut. Und dann geht's... nach Moskau. Ich rolle. Ich rolle.